Herzlich willkommen zu dieser Videobesichtigung von Markwart Immobilien. Wir sind Immobilienmakler aus Bad Kissingen und haben uns auf den Verkauf von Immobilien spezialisiert. Wir sind tätig im Bereich um Bad Kissingen herum, Fahrzeit eine Stunde, circa 100 Kilometer im Norden Richtung Fulda, Richtung Bad Neustadt, in die Rhön, Richtung Bischofsheim, nach Osten Richtung Schweinfurt sehr stark, über Schweinfurt hinaus, Hassberge, Knetzgau bis nach Bamberg, im südlichen Raum Richtung bis nach Geroldshofen runter, also südlich von Schweinfurt, Bergreinfeld, Grafenreinfeld, Geroldshofen Richtung Würzburg bis Würzburg selbst und im Westen, ich sage mal über Hammelburg Richtung Münden. Das ist so insgesamt unser üblicher Tätigkeitsbereich. Gelegentlich haben wir auch Objekte, die weiter entfernt sind, München, Nürnberg, Frankfurt, NRW, Berlin etc. Was haben wir hier heute? Das ist ein Trailer-Video, was ich Ihnen hier vorstelle. Ich sage ein bisschen was zu dem Objekt, was wir in die Vermarktung bekommen haben und Sie haben die Möglichkeit, im Anschluss auf unsere Webseite zu gehen und sich das Exposé kostenfrei freizuschalten. Da gibt es ein Kontaktformulat, da geben Sie Ihre Daten ein, kriegen dann eine SMS aufs Handy mit einem Code, den geben Sie ein, kriegen dann eine E-Mail mit dem vollständigen Exposé, mit Adresse, Unterlagen, weiteren Bildern, der vollen 360-Grad-Besichtigung und so weiter, alles was Sie benötigen. Und was Sie nicht benötigen, kommen Sie auf uns zu, das stellen wir Ihnen gern zur Verfügung. Wie immer bei unseren Besichtigungen handelt es sich um ein 360-Grad-Video. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, während des Videos die Ausrichtung in alle Richtungen zu drehen. Das funktioniert auch jetzt schon. Sie können mich anschauen, Sie können aus dem Fenster schauen, Sie können Richtung Flur schauen, Sie sehen den Parkett, Sie können in alle Richtungen drehen. Nur, dass ich jetzt im Moment die Kamera erst mal auf dieser Stelle lasse. Wenn Sie sich für Kaufobjekte interessieren in dem Bereich, den ich genannt habe, also in Bad Kissingen und um Bad Kissingen herum, Anlageobjekte für sich selbst, ein Haus etc., suchen Sie nach Markwart Immobilien auf YouTube, dann kommen Sie auf unseren Kanal und den abonnieren Sie am besten, abonnieren, Glocke drücken und dann kriegen Sie immer automatisch eine neue Nachricht, wenn wir ein neues Trailer-Video veröffentlichen. Was haben wir hier heute? Ich stehe im Wohnbereich, Sie denken, Sie können die Kamera in alle Richtungen drehen. Wir haben Parkettboden im Wohnbereich, wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung, es gibt ein zweites Zimmer, es gibt eine Küche und ein Bad. Wir haben einen schönen Ausblick, wir haben hier elektrisches Rollo, elektrische Markise, Balkon ist dabei, die Wohnung ist zentral in Bad Kissingen, also nicht weit zu laufen, Einkaufsmöglichkeiten etc. Und die Wohnung hat noch einen großen Vorteil oder zwei. Der eine ist, es ist verfügbar, sie ist leer, Sie können sofort rein. Es ist auch soweit alles fertig und sie ist barrierefrei. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, Sie haben barrierefreien Zugang zum Haus, können dann mit dem Aufstuhl hochfahren, kommen in die Wohnung rein und über den Flur haben Sie die Anbindung an die einzelnen Zimmer. Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Badezimmer. Im Wohnzimmer und im Schlafzimmer liegt Parkettfußboden, der Flur mit der Küche und dem Bad sind gefließt mit Naturstein, das ist ein Granitboden, es ist eine Einbauküche drin, die ist neu, die wurde noch nie benutzt, das Bad wurde gemacht, da ist eine Dusche drin, WC, Waschtisch und Handtuchheizkörper, weiß gestrichene Wände, insgesamt ein schöner Schnitt, eine kleine Wohnung, ich glaube so um die zwischen 50 und 60 Quadratmeter, einen Bereich draußen zum Hinsetzen, also eine kleine, eine Loggia ist es, weil es nach innen versetzt ist, eine große elektrische Markise, insgesamt eine sehr attraktive Wohnung, ich sage mal für eine Person, vielleicht auch für zwei Personen. In dem Sinne, wenn Sie das interessiert, kommen Sie auf uns zu, möglichst zeitnah, schalten Sie das Exposé frei, die Wohnung steht kurzfristig zum Verkauf. Sie können es sich freischalten, ich mache jetzt die Vollversion zum Video, bei der weiteren Suche nach einer Immobilie wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Sollte unser Marketing für Sie interessant sein, kommen Sie auf uns zu, wir unterstützen Sie gerne. In dem Sinne, alles Gute.